Die Situation war noch ein bisschen schlecht, aber jetzt ist es mal so, dass wir hier sind. Die alte Frage, wo ist es am schönsten an deiner Heimatgemeinde, würde ich mal schon sagen. Dort Hobe ist auf Schwäbisch. Ich drehe einfach mal rum, was man hier sieht, der Heckengäu. Schöne Sonne, da ein schöner Weg geradeaus. Und hier ist sogar noch ein Steinhügel, so ein alter Bauwagen. So, jetzt haben wir das gesehen. Ich sehe ja gar nichts mehr jetzt hier. Ich bin ja voll geblendet von der Schönheit der Sonne, weil die Schönheit der Frauen entgeht mir jetzt. Aber es geht nicht um die Schönheit der Frauen heute, sondern es geht darum, dass ich hier bin, obwohl ich eine Bronchien habe. Deswegen rede ich nicht so viel. Schönen Tag noch. Rausgehen. Egal was. Virus vergeht. Virus vergeht. Leben besteht. Und tschüss.